Herzlich Willkommen beim heutigen Chess Brasso. Vielleicht waren einige von euch beim Chessamy Open 2023 im schönen Walzrode. Dort habe ich Norbert Wallet kennengelernt. Der hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Es ist eigentlich nur ein Buch, das wurde eben noch ins Englische übersetzt. Deswegen sind es zwei und die englische Version ist sogar noch ein bisschen besser. Über die Geschichte von Hastings, anlässlich 100 Jahre Hastings. Und ja, er hat mich auf den Geschmack gebracht, dieses Buch mal zu lesen. Und es ist das einzige Schachbuch bisher, was ich komplett verschlungen habe. Und jetzt hatte ich neulich die Gelegenheit, ihn nochmal zu treffen. Wieder genau wie beim Chessamy Open mit ihm zusammen eine Lesung zu machen. Und da sind diese ganzen Geschichten der Spieler, die er rund um das Hastinger Schachturnier erzählt, wieder bei mir hochgekommen. Und ich dachte, eine dieser Geschichten möchte ich gerne mal mit euch teilen. Heute geht es darum, großer Druck in der letzten Runde, im Zusammenhang mit einer faszinierenden Persönlichkeit. Sir George Thomas. Ja, derjenige, der erst relativ spät zum Schach gekommen ist, aber trotzdem Erfolge feierte. Und in Hastings, wo die Weltklasse spielte, zum Beispiel 1934, 1935, mit dem Turnier, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, spielten Bottvinnik und Oewe zum Beispiel mit, durften auch immer Engländer mitspielen. Und er war einer der Engländer, die dort mitspielen, aber absoluter Außenseiter. Er war nur dabei, weil er eben Engländer ist. Und ja, aber wie es der Zufall wollte, er spielte das Turnier seines Lebens. Und vor der letzten Runde brauchte er nur noch ein Remis, um das Turnier zu gewinnen. Und spielte gegen den letzten, gegen Mitchell, der auch noch ein guter Freund war. Aber es ging irgendwie gegen seine Ehre, dass er sich dort mit einem schnellen Remis begnügen würde. Und er spielte also und verlor die Partie. Und wie das zustande kam, das werden wir uns natürlich in der Partie anschauen. Aber der Sir George Thomas war nicht nur ein guter Schachspieler, nie Weltklasse, aber trotzdem offensichtlich ein guter Schachspieler. Er schlug zum Beispiel Capablanca, aber auch Botwinnik. Sondern er war auch eine Zeit lang, natürlich in jüngeren Jahren, der weltbeste Badminton-Spieler. Und nicht nur das, er war auch ein großartiger Tennisspieler, der mal im Wimbledon im Viertelfinale rausgeflogen war. Und auch das nur, weil er bei klarem Vorsprung als Außenseiter einen Satzball nicht machte, der ihn bis zu 5-1 in den Satz gebracht hätte. Also eine super interessante Person, von der viele in diesen beiden Büchern besprochen werden, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie Sir George Thomas diese Partie noch vergeigte am 5.01.1935 beim Hastings-Turnier. Viel Spaß damit! Ja, also, dann wollen wir mal sehen. Mitchell, Reginald Price Mitchell, so hieß sein Gegner, eröffnete mit 1. D4. Und die beiden spielten eine relativ normale Variante. Hier Läufer G5, inzwischen Springer BD7 kann man hier natürlich machen, macht man eher weniger. Heutzutage würde man vielleicht eher sowas wie zum Beispiel Läufer E7 machen. Aber Springer BD7 geht natürlich auch. Baut schon mal einen kleinen Trick auf. Nämlich, dass nach C schlägt D, E schlägt D, Springer schlägt D5 nicht geht, den kann man nämlich nehmen. Verliert zwischenzeitlich die Dame, aber nach Läufer B4 Schach gewinnt man die Dame zurück. Und man gewinnt sie nicht nur zurück, sondern man bekommt auch die entsprechenden Zinsen. Denn nun hat man eine Figur mehr. Aber 1934, 1935, das Schach war nicht auf dem heutigen Niveau, aber schon auf einem extrem hohen Niveau. Und da wussten die beiden natürlich Bescheid. Deswegen hier das ruhige E3, C6, Springer F3. Und jetzt sind wir in so einer Art Semislawisch. Und jetzt kam hier der Cambridge Springs Ausfall. Eine Dame A5. Eine recht trickreiche Idee. Man versucht hier jetzt einerseits den Springer zu fesseln. Zum Beispiel, indem man das mit Springer E4 ausnutzt. Aber Springer E4 würde ja auch hier noch den Läufer angreifen. Und da gibt es auch manchmal taktische Tricks mit D schlägt C4, dass hier dann am Ende der Läufer hängt. Also Läufer F6, Springer F6. Schwarz gewinnt das Läuferpaar. Dafür aber natürlich weiß super entwickelt. Gesunde Struktur. Dame B3. Und Schwarz hat natürlich hier auch den schlechten Läufer. Aber trotzdem ist hier für Schwarz alles in Ordnung. Springer E4 versucht direkt diese Fesslung auszunutzen. Und da sieht man auch, dass Sir George Thomas hier mit den schwarzen Steinen spielt. Ja, also die Oberhand hatte in dem Turnier er selbstbewusst nach vorne gespielt. Und tauschte hier die Springer ab. Und weiß hat natürlich ein bisschen was im Zentrum. Ein Bauer mehr im Zentrum. Er kann hier irgendwann auf D5 nehmen. Nochmal C4 spielen. Und die Oberhand im Zentrum gewinnt. Dafür hat Schwarz aber die beiden Läufer. Und das muss ja auch für irgendwas zählen. Läufer E7 kam. Normaler Zug. Kurze Rochade. Dame C7, um die Dame zu zentralisieren. Die Dame hat jetzt auf A5 ihre Schuldigkeit getan. Turm B1 versucht den Läufer von C8 an den B7 zu binden. Kurze Rochade. Dame C2 und G6. Also bis hierhin alles soweit normal. Nichts Besonderes. Weil es hat eben das Läuferpa hergegeben. Aber dafür diese wunderschöne Zentrumskontrolle. Die er jetzt auch versuchte auszunutzen. Ja, Sir George Thomas. Der war jetzt hier ein bisschen zu sehr darauf bedacht, diesen Läufer frei zu bekommen. Er spielte deswegen hier E schlägt D. Mir hätte es hier besser gefallen, C schlägt D zu spielen. Denn jetzt nach C4, jetzt kann man denke ich ganz gut rausnehmen. Und nach dem Damentausch versucht man einfach möglichst schnell den Läufer zu befreien. Und hier steht man vielleicht sogar schon besser. Weil das ist ja so ein bisschen diese Semi-Tarra-Struktur, wo man eine Mehrheit am Damenflügel hat. Aber weiß hat hier ja gar keinen Angriff mehr. Also das sollte völlig in Ordnung sein für Schwarz. Und würde hier mit dem Läufer rausgeschlagen werden, dann machen wir hier den ganz gemeinen Zug B5. Der Läufer darf nicht nehmen, denn hinge die Dame auf C2. Und nach dem Zugturm schlägt B5, geht hier einfach Läufer A6. Und ja, diese Fesslung ist einigermaßen tödlich. Also da wäre es ein bisschen besser gewesen, C schlägt D5 zu machen. Stattdessen kam hier aber E schlägt D5. C4 versucht direkt das Zentrum in Beschlag zu nehmen. Und jetzt kam hier eine weitere Ungenauigkeit. Er spielte hier Läufer F6. Das ist natürlich ein sehr logischer Zug. Man hat G6 gespielt, versucht den Läufer also auf diese lange Diagonale zu spielen. Aber man wird mit Schwarzchen nie wirklich zu C5 kommen. Und dann steht der Läufer auf F6 leider ein bisschen tot, wenn er nicht mit C5 unterstützt wird. Deswegen wäre es hier besser gewesen, Läufer D6 zu spielen. Bereitet vor allem Läufer G4 vor. Das ist jetzt schon eine relativ konkrete Drohung. Einerseits die weiße Bauernstruktur ein bisschen in die Einzelteile zu zernnehmen. Und dann natürlich hier den Druck gegen den H2 auszuspielen. Also das hätte deutlich besser gefallen als das, was mit Läufer F6 in der Partie kam. Tum FC1, Dame E7. Aber auch hier ist natürlich noch keine Vollkatastrophe passiert. A4, aber weiß weiß ganz genau, wo er spielen muss. Nämlich am Damenflügel. Dort ist der B7 eventuell schwach. Wenn der B7 nach B6 zieht, dann ist der C6 schwach. Also auch dahingehend A4 ein schlauer Zug. Läufer F5 deutet darauf hin, dass er hier die Läufer tauschen will. Das kam dann auch in der Partie. Aber jetzt haben wir ja gar nicht mehr das Läuferpaar. Das war glaube ich keine schlaue Idee. Also hier wäre es vielleicht besser gewesen, Turm B8 zu spielen, um vielleicht Läufer D7 vorzubereiten. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder vielleicht doch B6 zu spielen. Läufer B7, C5, um die Stellung zu öffnen für das Läuferpaar. Aber hier Läufer F5, die Läufer zu tauschen. Jetzt hat man sich eines wichtigen Trumpfes beraubt. Und ja, weiß verstärkte seine Stellung, legte die Schwächen fest. Und jetzt seht ihr so ein bisschen das, was ihr auch im Thumbnail dieses Videos seht. Ja, die schwarzen Türme, die stehen halt nur so rum, um diesen B7 zu decken. Und das ist wirklich ungünstig. Die beste Verteidigung hier wäre fantastisch gewesen. Da bin ich mir selbst nicht sicher, ob das ein Spieler heutiger Tage finden würde. Das wäre nämlich gewesen, hier Turm D5 zu spielen. Mit der Idee, möglichst im nächsten, zum Beispiel, Turm B5 zu spielen. Da kann man natürlich sagen, na gut, dann mache ich Springer C5. Und jetzt kommt die Pointe. Jetzt schafft man es, den Läufer nach E5 zu stellen. Und optimalerweise den Läufer im nächsten Zug nach D6 zu postieren. Damit er dort eben besser steht gegen den weißen König. Ein bisschen guckt, droht, den Springer vom Brett zu nehmen. Und wenn man denkt, Moment, Springer schlägt B7, geht jetzt doch. Dann hat man hier Turm B5. Und die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Am Ende hängt ja auch mal noch der Läufer auf E5. Das hat er nicht gefunden. Und jetzt nach Dame D6, ja, jetzt wurde es dann schon brenzlig. Und hier steht weiß bereits klar besser. Denn die Schwächen sind einfach zu heftig. Der B7 fällt. Und ich zeige euch natürlich noch die restlichen Züge. Aber so richtig Gegenspiel konnte Sir George Thomas hier nicht mehr kreieren. Und ja, deswegen verlor er am Ende die Partie. Natürlich kann man dieses Endspiel hier noch kämpfen. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr schlecht. Man hat einen Bauer weniger. Die Bauernmasse im Zentrum von Weiß ist einfach super stark. Und es wurde natürlich noch probiert. Aber nicht mehr lange. Ich zeige euch trotzdem, wie gesagt, noch die letzten Züge. Und ja, man muss es dann natürlich auch einsehen erstmal, dass man hier die Chance seines Lebens, zumindest die schachliche Chance seines Lebens verpasst hat. Aber irgendwann war es dann genug. Das war nämlich an dieser Stelle. Und hier gab Schwarz auf. Ja, was ist hier passiert? Er hat sich zu Passiv hingestellt. Das ist das, wenn man denkt, man braucht nur Remy. Ja, dann denkt man sozusagen, ja, ich stelle mich Passiv hin, verteidige einfach. Das ist meistens eine ganz schlechte Idee. Die aktive Spiel ist auch der beste Weg zum Remy. Auch den Gegner unter Druck setzen. Weil wenn der Gegner weiß, er kann jederzeit ja ein Remy haben, dann wirft er alles rein und bietet halt erst Remy an, wenn er merkt, okay, jetzt geht mir die Stellung völlig außer Kontrolle. Nein, man muss auch selber Gewinnversuche unternehmen, damit der Gegner vielleicht auch sagt, okay, jetzt wird mir die ganze Kiste hier ein bisschen zu heiß. Ich biete schnell Remy an. Und dann kann man es natürlich annehmen. Ja, eine kleine tragische Geschichte einer faszinierenden Person. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei Jessamy.com, bei einem Stammtisch, bei einem anderen Chespresso. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann.